Auf dem Airport der Hanseatik Bank Mitte 2018 diskutierte ich mit dem Vorstandsvorsitzenden einer Sparkasse über die Potenziale von agilen Methoden. Damals hielt sich die Bezeichnung agile Sparkasse noch für ein Paradoxon, musste mich aber belehren lassen, dass sich einige Sparkassen bereits auf den Weg in die agile Welt gemacht und dabei viele positive Erfahrungen gesammelt haben. Die Diskussion mit dem Sparkassenvorstand führte schließlich dazu, dass mich dieser bat, ein Finanzinstitut zu identifizieren, welches vorbildlich in der Anwendung agiler Methoden ist und dabei sehr erfolgreich. Fündig geworden bin ich bei der Hanseatik Bank in Hamburg, einer Tochtergesellschaft der französischen Bank Société Générale und der Otto Group. Diese Bank wollte die Kundenorientierung und Innovationskraft mithilfe der Anwendung agiler Methoden stärken und war dabei schon recht professionell, erfuhr ich von meinem agilen Geschäftsfreund Valentino Wotny der dort durch agile Trainings mitgeholfen hatte. Die besonders kooperative Kultur der Hanseatik Bank offenbarte sich mir schon dadurch, dass der Geschäftsführer Michel Billon, der Personalleiter Joachim Lando sowie weitere fünf Führungskräfte sich einen ganzen Tag Zeit nahmen, um den Besuchern der Sparkasse die agile Funktionsweise ihrer Bank zu erklären. Diese Gelegenheit ließ sich die Sparkasse nicht nehmen und reiste mit sechs Personen an, dem Vorstandsvorsitzenden und fünf weiteren Führungskräften, die die agile Transformation der Sparkasse weiter voranbringen sollten. Meine Rolle war dabei die des lernbegierigen Moderators. Mit dem White Book der digitalen Transition, später weiterentwickelt zur digitalen Transformation, wurde bei der Hanseatik Bank 2016 der Grundstein für eine aus meiner Sicht außergewöhnliche, agile Unternehmenskultur gelegt. Die Hanseatik Bank nimmt seitdem an Bankathons teil, führt Disrupt-Us-Workshops durch, organisiert Solution Labs, betreibt einen Acceleration Hub und hat Anfang 2018 konsequent cross-funktionale Teams aufgestellt. Das Konzept der cross-funktionalen Teams orientiert sich an dem Bild eines Verkehrsflughafens, wobei die direkt wertschöpfenden Bereiche entlang der wichtigsten Kundenbedürfnisse als Flightcruise aufgestellt sind. Die Flightcruise ist permanent besetzt, bündelt alle Kompetenzen zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse und ist bezüglich ihrer Entscheidungen weitgehend autark, wobei sie sich an den Unternehmenszielen orientiert. Weitere wichtige Funktionen in der bildlichen Organisation der Hanseatik Bank sind der Tower, der Lotse sowie der gesamte Flughafen. Diese prägnanten Bilder machen für mich deutlich, worum es in diesem Organisationsmodell geht, und zwar um ein Höchstmaß an Verantwortungsübernahme durch die Organisationsbereiche, die Kundennutzen schaffen und um Management als zentrale Dienstleistung für die kundennahen Bereiche und damit für den Kunden. Dies entspricht genau meinem oben beschriebenen Bild einer Pfirsichorganisation. Bei der Etablierung der vielen Organisationsmechanismen für dieses revolutionäre Modell hat die Hanseatik Bank einige Elemente und Methoden des agilen Werkzeugkastens benutzt. So sind zum Beispiel die oben erwähnten Lotsen agile Berater, die dem gesamten Unternehmen bei der Anwendung agiler Arbeitsmethoden zur Verfügung stehen. Bei der Einführung von Agilität und einem geänderten Organisationsmodell hat die Hanseatik Bank sehr viel Wert auf einen wirkungsvollen Kulturwandel mit starkem Fokus auf gemeinsame Werte und Ziele und auf ein gutes Change Management gelegt. Neben all den beeindruckenden und ungewöhnlichen Organisationskonzepten hat mich das Team um Geschäftsführer Michel Billon auch dadurch beeindruckt, dass es konsequent und glaubwürdig eine agile Vertrauens- und Leistungskultur als Basis für die überlebenswichtige digitale Transformation geschaffen hat. Besonders hängen geblieben sind mir bei dem Besuch dieser agilen Bank die Worte von Michel Billon Wir machen hier eigentlich nicht Transformation, sondern Revolution. Ich bin dankbar, dass ich diese friedliche Revolution ein wenig kennenlernen durfte und dass wir so gastfreundlich empfangen wurden. Auch das zeichnet agile Unternehmen aus. Sie sind im gesamten Business-Ökosystem sehr kooperativ und immer auf der Suche nach Möglichkeiten des Austauschs und des Lernens. Nach diesem erkenntnisreichen Treffen in Hamburg habe ich Michel Billon noch zweimal getroffen. Einmal bei der Preisverleihung an die besten Arbeitgeber Deutschlands im März 2019 in Berlin und schließlich anlässlich des Interviews, das ich mit ihm für dieses Buch geführt habe. Es hat mich erfreut zu hören, dass die Grundsätze der vertrauensbasierten und agilen Arbeitsweise noch in gleichem Maße wie zuvor gelten und dass sich das Unternehmen aber seitdem spürbar weiterentwickelt hat. Interview mit Michel Billon, Geschäftsführer der Hanseatic Bank GmbH & Co. KG Die Regulierung macht alles umfangreich und komplex. Es gibt immer neue Spielregeln, insbesondere bei uns in der Bankenbranche und immer mehr Bedarf an Daten und Tiefe der Daten. Das macht das Spiel immer komplizierter. Die technologische Entwicklung bringt auch Komplexität mit sich. Auch die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Generation machen die Dinge komplex. Die Kunst ist es, mit dieser Technologie die Prozesse und Produkte für den Kunden einfacher zu machen. Ist dies alles nun eine Falle oder ein Hamsterrad? Für mich persönlich ist es sowohl Herausforderung als auch Chance. Wir sind in der Situation der Komplexität gezwungen zu reduzieren. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn wir vorankommen wollen, müssen wir auf diese Weise lernen, mit der Komplexität umzugehen. Wir müssen dazu den Fokus immer wieder schärfen und strategische Orientierung schaffen. Wir haben uns beispielsweise in der Vergangenheit immer wieder von Produkten und Services getrennt, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören oder die nicht mehr zeitgemäß waren. So haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel unser Angebot an Schließfächern und Girokonten eingestellt, sowie unsere Einlageprodukte vereinfacht und reduziert. Außerdem haben wir uns vor kurzem entschieden, unsere neuen Filialen außerhalb Hamburgs zu schließen. Mit fortschreitender Digitalisierung sind sie einfach nicht mehr wirtschaftlich. Für die betroffenen 28 Kollegen haben wir einen Sozialplan gemacht. Das war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung. Auch ist es uns wichtig, dass wir die großen Ziele immer wieder auf kurze Zeiträume von drei Monaten herunterbrechen und dabei die Projekte immer wieder vereinfachen. Welche Rezepte zum Umgang mit Komplexität hast du? Man muss sich auf seine Experten im Haus verlassen. Sie kennen die Themen meist besser als die Führungskräfte. Auch würde ich immer wieder Expertenmeinungen von außen holen. Es ist sehr wichtig, sich anzusehen, wie die Dinge bei anderen Firmen in Deutschland, Europa, Amerika und Asien funktionieren. Da lassen wir uns immer gerne inspirieren. Zusammenfassend würde ich sagen, man muss neugierig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Was bedeutet Selbstorganisation für dich? Auf der einen Seite ist es wichtig, dass unsere Experten selbstständig beziehungsweise selbstorganisiert arbeiten. Auf der anderen Seite funktioniert es nur im Team. Die Teams organisieren sich so, dass sie ihre Ziele der nächsten zwei Wochen, sechs Wochen oder drei Monate erreichen können, je nachdem, wie lang die Sprints sind. Aber wichtig ist auch, dass es einen Rahmen beziehungsweise Leitplanken des Unternehmens gibt. Dies sind Ziele und Werte und diese vermitteln wir. Nur wenn uns dies gelingt, funktioniert Selbstorganisation. Was waren für dich die Erfolgsfaktoren für die Transformation zu Selbstorganisation und Agilität? Am Anfang steht der Impuls und das Commitment vom Management. Ohne das ist keine Transformation möglich. Des Weiteren ist es wichtig, mit viel Transparenz und Kommunikation viele Menschen mitzunehmen. Wir haben die Transformation aus der Mitte heraus gestartet und dazu anfangs ein Team Zukunftswerkstatt gebildet, das sich mit vielen Mitarbeitern und Führungskräften intensiv ausgetauscht hat. Das war wirklich ein iterativer Prozess. Wir haben das Team Zukunftswerkstatt stark empowert, ihm Verantwortung und Anerkennung gegeben. Training war auch sehr wichtig, zum Beispiel in der Anwendung agiler Methoden wie Scrum und Kanban. Telekommunikation und Zielklarheit waren weitere wichtige Aspekte der Transformation. Wir hatten auch die Klarheit bezüglich unseres Organisationsmodells, unseres Systems, wobei ich den Begriff System nicht mag. Er klingt mir zu starr. Ich sehe eine Organisation eher wie einen Organismus, wie ein lebendes Wesen. Es muss sich immer wieder adaptieren und aus Fehlern lernen. Zutat 1 Management von Vertrauenskultur Ja, das ist sehr entscheidend. Vom Top-Management über Führungskräfte zu den Mitarbeitern funktioniert das schon recht gut. In der anderen Richtung, das heißt das ehrliche Feedback von Mitarbeitern an die Führungskraft, ist das noch verbesserungswürdig. Beide Richtungen sind gleichermaßen wichtig. Ohne Vertrauenskultur kann Selbstorganisation nicht funktionieren. Zutat 2 Schneiden von Verantwortungsbereichen Klare Ziele und Messpunkte von Verantwortungsbereichen sind entscheidend. Diese dürfen weder vertikal noch horizontal geschlossen sein. Es darf nicht sein, dass in jedem Verantwortungsbereich die Leute zwar ihren Job machen, aber die Wertkette nicht beachten. Daher braucht es eine klare Governance. Zutat 3 Definieren von Entscheidungsprozessen Bei unseren wichtigen Entscheidungen wird im Team mit den Signalen Daumen hoch, Daumen runter oder offene Hand die Haltung zu einem Entscheidungsvorschlag kommuniziert. Diejenigen, die die offene Hand zeigen, machen damit deutlich, dass sie noch Einwände haben, aber dennoch die Entscheidung mittragen. Mit den Menschen, deren Daumen nach unten zeigt, muss so lange diskutiert werden, bis zumindest eine offene Hand gezeigt wird. Wenn es nicht gelingt, alle nach unten gerichteten Daumen aufzulösen, ist das ein Veto und die Entscheidung wird nicht getroffen. Zutat 5 Objectives and Key Results Ich sehe OKRs zwar nicht als Lösung für alles und jeden, aber ich halte es für sehr wichtig, dass sich die Teams Ziele setzen und diese anstreben. Welches System sie dazu nutzen, ist mir egal. Wichtig ist für uns, dass die Teams klare Ziele festlegen und diese gemeinsam verfolgen und erreichen. Wir haben auch in der Unternehmensvision definiert, dass wir unsere Kunden begeistern. Damit meinen wir nicht nur unsere Kunden außerhalb des Unternehmens, sondern auch unsere internen Bereiche als Kunden. Die Teams müssen versuchen, sich gegenseitig zu begeistern. Zutat 6 Lightbuild Für mich ist die Definition von Lightbuild, Rahmenbedingungen, Lightplanken etc. Bestandteil von agiler Unternehmensführung. Man muss seine Leute ermächtigen, ihnen Verantwortung übertragen, coachen, trainieren etc. Agile Unternehmensführung sorgt dafür, dass das System bzw. der Organismus funktioniert. Die Unternehmensvision muss immer wieder in Erinnerung gebracht werden. Wir sind dafür da, unsere Kunden zu begeistern. Unsere Wettbewerber wollen zufriedene Kunden. Das ist uns zu wenig. Wir wollen begeistern. Zutat 7 Transparenz und Kommunikation Wir sind sehr transparent und wir kommunizieren ausgesprochen ehrlich und umfassend. Das ist besonders seit der Corona-Krise wichtig. Jeden Monat berichten wir über unser Ergebnis und wo wir noch Lücken oder Probleme haben. Alles, was in unserem Management-Komitee besprochen wird, kann im Intranet nachgelesen werden. Bezüglich Transparenz und Kommunikation gehen wir also schon sehr weit. Zutat 8 Rollen und Titel Das ist ein schwieriges Thema. Da haben wir noch nicht die richtige Lösung gefunden. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass unser agiles Team im Acceleration Hub mehr Struktur braucht. Neben der Rolle des Product Owner werden wir jetzt auch Strategic Lead einführen. Damit ist jedoch nicht die alte Führungsrolle gemeint, sondern es geht dabei um Koordination, um Synergie, um Weitblick. Mitarbeiter, die diese Rolle übernehmen, versuchen Probleme zwischen den Teams zu lösen. In der Bank gibt es allerdings auch noch Bereiche mit klassischen Strukturen und klassischen Führungskräften. Wir haben also noch ein hybrides Modell. Wir wollen auch ganz bewusst aktuell nicht die gesamte Bank umorganisieren. Dadurch würden wir an Effizienz verlieren. Bei der Einführung von neuen Rollen wie Product Owner hat mich aber überrascht, dass sich auch einige Führungskräfte ganz bewusst auf eine Rolle in einem agilen Team beworben haben. Das ist sehr schön zu beobachten. Einige Unternehmen wollen eine agile Organisation einführen, um Kosten zu sparen. Das ist falsch. Ganz im Gegenteil. Das Ziel kann nicht Kosteneinsparung sein. Aus meiner Erfahrung funktioniert das nicht. Wichtig ist auch, dass man nicht ohne ausreichend Vorbereitung diesen Weg beschreitet. Gleichzeitig darf man sich auch nicht zu viel vorbereiten. Irgendwann muss man umsetzen, leben und anpassen. Eine Organisation ist ein lebendes Wesen, das sich immer weiterentwickelt. Der Impuls muss vom Top-Management kommen, sonst funktioniert es nicht. Der Drive muss danach allerdings von möglichst vielen Keyplayern im Unternehmen kommen. Impuls und Drive sind gleichermaßen wichtig. Wenn eins davon fehlt, wird die Transformation nicht gelingen. Was waren deine größten Überraschungen? Die Dynamik, die sich nach dem Impuls entwickelt hat, hat mich wirklich überrascht. Die Teams haben schnell selbstständig Strukturen und neue Formate wie zum Beispiel Fishbowl oder World Café aufgebaut, um die Kollegen mitzunehmen. Es wurde viel Aufwand betrieben, um alle teilhaben zu lassen. Das fand ich großartig. Die Geschwindigkeit, neue Methoden zu lernen und anzuwenden, war ebenfalls bemerkenswert. Ein bisschen enttäuscht war ich, dass wir nicht alle Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen konnten. Aber mit gefühlt 80 Prozent haben wir schon eine gute Quote. Aufgefallen ist mir auch, dass sich einige Führungskräfte sehr schwer tun, loszulassen und den Mitarbeitern viel zuzutrauen. Es ist schwierig, das mit Zahlen zu messen. Wir haben keinen Vergleich, wie es ohne Transformation verlaufen wäre. Was wir aber sehr deutlich festgestellt haben, ist, dass sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter positiv entwickelt hat. Insbesondere bei denen, die wir auf die Reise mitnehmen konnten. Dementsprechend ist auch die Zufriedenheit unserer Kunden und Vertriebspartner gestiegen. Wir sind außerdem schneller geworden bei der Umsetzung von Themen. Unser Time-to-Market hat sich erheblich verkürzt. Auch unsere Attraktivität am Arbeitsmarkt hat sich verbessert und das ist für uns sehr wichtig. Und insgesamt ist unsere Anpassungsfähigkeit als Lebenswesen besser geworden. In den letzten Jahren haben wir einige Korrekturen an unserem agilen System vorgenommen.